So Freunde, geht's euch gut? Willkommen! Ihr seht, das Päckchen ist gekommen von Activision mit den Gewinnen für das momentane Gewinnspiel. Schön heute auf dem freien Mann, ne? Aber bevor ich euch zeige, welche Figuren ihr gewinnen könnt, ähm, Kilian, hier ist schon dein Briefumschlag vom letzten Gewinnspiel noch, ne? Geht, ähm, Entschuldigung, geht morgen definitiv raus, ne? Weißt du Bescheid? Ich mach den jetzt gleich fresh und dann zack, ab zur Post damit. So, heute war ich auch noch bei der Post und von Dominik, hab ich einen Brief bekommen, Fanpost, hab ich mich sehr drüber gefreut, dein Autogramm mit einem kleinen Brief von mir geht morgen auch an dich auch raus, dann sollte das die nächsten Tage bei dir eintreffen. Ja Freunde, ne? Und, ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Päckchen, was ich bekommen habe und ich hab mich gefreut, Freunde, ich hab mich gefreut, ich hab's natürlich schon offen gemacht, ist ja ganz klar. So, ähm, ja, welche Figuren könnt ihr gewinnen? Ihr seht das schon hier, zack, zack, und zack, es gibt dreimal Trigger Happy. Ja, Springtime Trigger Happy, muss ich persönlich auch sagen, passt am besten zu dem Oster-Gewinnspiel, ne? Er ist ja, reitet so gesehen auf einer Oster-Rakete, ne? Sieht einfach nur klasse aus. Ich hab jetzt letztens ein Skill-Video gemacht, das soll jetzt irgendwann, kommt jetzt irgendwann mal die Woche. Und, ähm, da muss ich schon sagen, bin ich auch froh drüber. Dreimal Springtime Trigger Happy passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Ja Freunde, und, ähm, ich hab noch eine Kleinigkeit bekommen, ne? Ich zeig euch das mal, ne? So mal, ich bin mal so frei, ne? Ja, dann guckt euch das mal an hier, ne? Oh! Ja? Ist das geil oder ist das geil, Freunde? Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an, alle Sidekicks, ja Freunde, das sind, ähm, schöne 40 Sidekicks, die ich alle für die Gewinnspiele habe. Und, ähm, ja, ne, die Gewinnspiele kommen alle so nach und nach, ne? Ich halte mir schön noch welche nach hinten raus, ne? Und, ähm, dann kommen die Gewinnspiele auch alle nach und nach, dann passt das schon sehr gut, ne? Freunde, dann passt das schon auf jeden Fall sehr gediegen. So, hier noch, hier noch, da, zack, auf dem Freien, ne? Ich sortiere mir die jetzt, ne, Freunde, hab ich jetzt Bock drauf. Oh, Riva, guckt euch den Haufen an, ne? Dann ist so, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich nicht, was geil ist, ne? Ja, habe genug, ähm, Sachen für spontane Gewinnspiele, Mann, ne? Also immer schön auf dem Laufenden bleiben. Wie gesagt, Facebook, äh, YT-Fanpage und auf Instagram kommen auch, ähm, jetzt bald neue Gewinnspiele. Und, ähm, ja, wie gesagt, ne, zu den Trigger-Happys gibt es sowieso noch, ähm, Sidekicks habt ihr ja immer in die E-Mail geschrieben, welchen ihr euch wünscht. Ja, Freunde, ne, das wollte ich euch nur zeigen, damit ihr wisst, ne, welchen, ähm, welche Figuren ihr gewinnen könnt. Und, ähm, das wollte ich euch auch zeigen, ne? Was für schöne Sidekicks ich jetzt hier habe. Guck mal, die kann ich, die Kriege gar nicht alle auf einen Tisch stellen, ne? Das ist schon geil, ne? Das ist schon geil, ja, Freunde. Also, ihr wisst Bescheid, ne, jetzt kommen ja demnächst neue Gewinnspiele. Aber wie gesagt, ne, ich halte mir noch ein paar zurück, ne, für spätere Gewinnspiele. Aber ihr müsst dranbleiben, Freunde, ihr müsst dranbleiben, sonst verpasst ihr nämlich was. Also, Freunde, ihr wisst Bescheid, ne, morgen Gewinnspielauflösung, ne, fangt jetzt nicht an, so um 5 Uhr nachts, ne, wann kommt die Auflösung, heute ist schon morgen. Irgendwann im Laufe des Tages. Ich muss halt gleich erstmal aufnehmen, ne, Freunde, und, ähm, machen wir schon. Alles klar. Bis dahin, Freunde, bis morgen. Wenn ihr, wenn euch dieser Haufen an Sidekicks gefällt, ne, dann müsst ihr mir den Daumen nach oben geben. Bis morgen, Freunde. Gewinnspielauflösung.